Projekt FC Dornbirn Neu, gut eingelaufen, spannender Herbst. Wir sind stolz auf alle FC Däler. Torwart, wichtige Position im Fußballspiel. Unsere drei haben wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht jetzt in der Herbstsaison. Spielaufbau von hinten, ganz, ganz wichtig, die Basis zu legen. Das haben wir in der Vorbereitung wirklich gut gemacht. Die neue Mannschaft zusammengeführt und das, wo wir jetzt stehen, am Ende des Herbstes ist dort die Basis einfach gelegt worden. Nach anfanglichen Schwierigkeiten haben wir die Verteidigung vollstabilisiert und können wir stolz sein auf der FC Däler-Verteidigung. Die Mannschaft ist zusammengewachsen und wir haben da wirklich attraktiv Fußball gespielt, das den Leuten gefallen hat. Wichtigste Phase oder wichtige Phase dann im Fußball ist natürlich die Angriffsposition, Sturmspitze und dort spielen wir jetzt den Ball hin. Der Sturm hat zugeschlagen mit Renan. 15 Tore, vier gegen Liefering. Tolle Leistung. Wir sind am Ende einer erfolgreichen Herbstsaison angelangt mit dem FC Däuer und freuen uns auf ein erfolgreiches Frühjahr und gehen jetzt in die Winterpause und wünschen der ganzen FCD-Familie Familie. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten und ein Happy New Year!